Hallo 96-Fans, ich bin Leo Weinkauf und ich freue mich hier zu sein. Zurzeit habe ich noch nicht viel mehr gesehen als das Trainingszentrum und den Marschsee. Ich war jetzt in Barcelona, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ansonsten bin ich auf Wangerooge oder einfach gerne im Norden unterwegs. Ich spiele ganz gerne Golf und gehe auch ganz gerne mit meinem Bruder und meinem Cousin eine Runde angeln. Ich gehe gerne dann schön essen, wenn man gewonnen hat, schmeckt es dann umso besser. Habe ich nicht so sehr, ich probiere das Leben einfach bestmöglich zu genießen und auszukosten.